The following video is rated P Oh ja, die werde ich runterfragen So... Diamanten gefunden! Meine! Unsere! Meine! Das Ding ist wirklich ein... Ja, der hier gerade... Sooo... Okay Ich befreie gerade die Diamanten Wieso ein Schloss? Schloss befreien ist so langweilig Kennt man schon Ach du Scheiße, da ist ein ganzer Lava-See Ich habe ihn getötet Den Lava-See? Mindestens zwei, Carsten Auf jeden von uns schonmal Für dich Halber, für mich Dreieinhalb Ja, bei zwei kriegst du dreieinhalb Klingt schonmal sehr logisch Logik in Person, okay es waren drei Stück Machen wir das? Den einen halbieren wir Jetzt Ab zum Schmied Ab zum Schmied Okay, hier musste ich leider mal was auf die linke Seite platzieren Diamanten Diamanten wollte ich jetzt nicht auf die linke Seite platzieren Nee, aber du sagst zum Schmied Diamanten Gute Clean Stone Ja, da wird ja Loooooo So So geht's da irgendwie toll hoch Das ist echt praktisch, wenn man was mit Steinziegeln bauen will und man dann so eine Silk Touch Pickaxe hat Ja Jo Mit Efficiency 3 und Unbreaking 3 Er spart einem das lästige Melzen von Stein Spart Was mach ich denn im Redstone mit? Okay Ich hoffe bei der nächsten krieg ich Fortune drauf Fortune? Geil an sich Wollen wir von da aus weiter, Carsten? Ich will jetzt meinen Strip-Main-Gang starten Äh, von mir aus Kurz Schönes Eisen Aber ich will mir Diamanten finden Wäre ja schon nicht schlecht Hier waren 3 hoch, oder? Ja, klaro Aber du mal das Gold hinter mir Wie viele Eisenspitzhacken hast du? Hm, noch 2 Warte, wo hat er weiter gebaut? Hier? Nein Flucht Durchtrennt Hat er! Der Wüste Lava Eisen, Eisen Eisen Eisen, Eisen Für uns war ne Menge Quall, tschüss wegen Jo Ich baue erst mal das Eisen ab, was es da ganz am Anfang war Oh nein! Krass, die spritzende Gaswasser! Ahhhh Fabi hat so viel Selbstens gekauft! Da gucke ich mittlerweile fast gar nicht mehr Ach, die neuen finde ich auch nicht mehr so cool Donner Samstag Nachmittags manchmal Da kriegen sie ja noch Wiederholungen von den alten Oha Aber ich gucke Family Guy ganz gerne Family Guy? Äh, Family Guy hab ich gesagt Gold, 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 wie groß ist Gold? Mega lustig Ja In der Tat Wenigstens haben wir Wasser hier, falls wir mal in Lava treten Oh Aber hier ist auch kein Diermannschau Ja nun lass uns Warum treffen wir hier eigentlich andauernd auf so ne schönen Höhlen? War gut sein, alter Premium Saat Du weißt doch, Lava ist mein Herzfeind Äh, na und? Das ist meine, deswegen gehe ich dir auch nicht aus dem Weg Mach aus dem Stellen nichts an Doch Jemand Sehr gut Zwei So, jetzt soll nur einer Das, wir haben jetzt vier Oh Immerhin Müssen wir uns darüber schon mal keine Sorgen machen Stimmt Wenn wir eine ungerade Zahl finden würde ich sagen Den letzten verbrennen wir Den letzten verbrennen wir Den letzten, wenn wir eine ungerade Zahl haben, kriegt einen Fabian Ja Ja Eieieiei Okay Lass uns weise Ja, dann lass doch weiter blühen Ach, du hast ein Plotten Ja, es ist schwer, weil hier, zeig ich dir Ja Da kann man sicher rüber bauen Ja, oder wir gehen einfach von dieser Ebene aus Bauen hier lang oder so'n Scheiß Meinetwegen auch Dann machen wir das doch Und dann muss die Entscheidungen treffen Haben wir ja gelernt Fabian, ne? Entscheidungen treffen ist das Wichtigste Ja, richtig Ja, richtig Den wir alles falsch machen kann man nicht Das hat unser Unser Nein Ja, das ist ein schöner, die wir Rutscht gegangen Warum? Ich habe Lava gefangen Die baut man vorher zu, Fabian Ja, die war unter den Ja, da guckt man trotzdem nach Ja, das konnte ich schlecht, weil drumherum auch Lava war von daher Ja, dann machen wir alles weg Ja Nichts ist unmöglich Toyota Wir machen keine Schleiferung, ne? Ne Die hast du auf die Seite gesetzt Toyota 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 Nutella Oh, Entschuldigung Wollt die Fakke kaputt machen Wollt auch die Fakke kaputt machen Oh Wollt ich doch Nee Wirklich Schokolade Siehst du, ich habe schon wieder daneben gehauen Coca-Cola Astra Loll Danke, dass ihr mich daran erinnert Ich habe hier neben mir meinen mein Energy Drink Von Ey, ich sehe einen von euch Nice Bring mal einer Bring mal Dustin Bring mal Dustin Carsten, spring du mal Ah, da ist Carsten und rechts neben ihm ist Dustin Korrekt Ich wurde mich mal zu euch Mach das, mach Ehm Sneak mal nicht Sneak nicht Sneakst nicht, ich sehe dich nicht Bist du Ja, ist relativ klein Ah, da! Was ist ja lustig? Carsten, wo? In welche Richtung? Ähm... Ah, ich hab jemanden gefunden. Ah fuck. Ist ja cool. Schön beim Ausweichen. Äh, da hinten. In der Richtung. In die Richtung, okay. Ja, dann buddeln wir jetzt noch in seine Richtung. Lauf mir nicht in meinen Schlag, Alter. Na marsch, ich stand da! Wie viele hast du gefunden? Ja, ne? Gib mir die mal her, dann haben wir. Auf, auf einem Fleck. Dem sterbe ich nicht so auf wie du. Dann haben wir jetzt 8. Nein, warte. Schon wieder in der Höhle. Verflucht. Ah, das ist immer noch die Höhle. 4 plus 2 sind 6, korrekt? Ja. Ja. Carsten? Ja. Hast du eigentlich mitbekommen, dass, äh... Fabi die Rede von, äh... Henning mega mäßig imponiert hat, sozusagen? Hab ich hier Rede? Ja, das, was Henning am Freitag gelabert hat. Von wegen Zeit-Management? Ja, nicht nur das, sondern auch, dass, äh, das Studium halt Vollzeit-Job ist und sowas. Das hat ihn richtig begeistert, ist er ganz feucht im Schritt geworden, oder was? Ja, sozusagen. Also er würde jetzt auf jeden Fall mehr tun und sowas. Nice. Ne Ahnung, der ist voll motiviert. Der war auch heute voll motiviert und alles. Hi. So lustig gewesen, hättet ihr einfach in einer noch weiter gebuddelt. Ja. Aber wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr denn? Wenn handelt ihr? Komm, jetzt bau wieder seinen eigenen. Ich bau zwei neben Fabian. Und ich bau zwei neben das hier. Voll effizient, ey. Ah, let's run together. Allerdings ist das meine letzte Spitzhacke, deswegen. Scheiße. Ich hab aber auch nur noch 15 tolle Fackeln. Ich hab noch 51. Hätt ich Holz, wäre das natürlich praktisch. Ich hab noch 17 dabei. Das ist gut. Und ne Menge Kohle. Ja, Kohle hab ich auch. Haben wir ein bisschen. Ja, dann lass uns mal hier eben kurz den Raum fertig machen, Klaus. Und dann hier. Ja, ich bau grad Eisen. Ja, ich bau auch grad Eisen ab. So, zack, zack. Ich weiß, wir wissen unserer lieben Zuschauer eigentlich, dass die Folgen, wo wir anmoderiert haben, an sich relativ aktuell sind. Oder waren. Weil wir nehmen jetzt grad nur ne Wochen voraus auf an sich. Stimmt. Ja, aber nicht. So aktuell waren wir glaube ich noch nie. Ne. Wir haben ja auch ne Zeit aufgenommen. Und dann erstmal gewartet, bis wir hochgeladen haben. Ja, richtig. Voll effizient und so. Gehört man. So. Komm mal in den Ofen. Du hast was gelernt, oder? So, ich komm mal. So, ich komm mal. Seid ihr auch ein bisschen weiter hinter mir. Ja, wow. Ist ja ein Stück zurückgegangen. Ja, ich hab ja erstmal für uns hinten da was aufgebaut, Leute. Kurz. Kurz. Ja. Das hier wird wieder frech von der Seite angesprochen. Jo, werd ich auch ab und zu. Ah, meine Tür ist zu und die bleibt heute auch verschlossen. Wasser, Wasser. Schon wieder. Bis ich hier wieder rausgehe. Mein kleinkam Buff. Äh, warum muss ich hier auf Wasser treffen? Das find ich irgendwie blöd. Ja. Find dich blöd. Also mega dir Glück hatte ich irgendwie jetzt noch nicht. Na wir schon, wir haben schon sechs. Ich hab jetzt zwei. Nein, da wurde ich jetzt. Da. Sehr gut. Erst mal gucken, was hier in dieser Höhle ist. Vielleicht hat man ja mal Glück hoch. Ich bin tot. Ich sterbe. Oh. Oh. Scheiße. Alles weg. Ja. Hattest du Diamante? Ja. Das ist jetzt natürlich ein ganz bisschen dumm. Ich stand auf dem Diamant-Diamantblock und genau da drunter war Lava. Ja. Äh. Boah, ne. Äh. Leck mal die Eier. Das ist... Ein einziger Block. Ärgerlich. Ein einziger. Wie das aussieht. Das kann man auch nicht mal ahnen. Liegt da noch irgendwas von mir? Nee. So ist er. Okay. Hattest du denn die Diamante? Zum Glück hatte ich nur bei der Diamante-Pick-Axis dabei. Haha. Mein Schwert hab ich zum Glück noch. Hm. So schlau war ich. Hast du das blöd gelaufen? Ach maaaann ey. Fett hab. Da war Fabian ziemlich doof. Oh mein ganzer Cleanstone ist jetzt auch weg. Was soll das? Also ich hab hier einen Cleanstone. Herzlichen Glückwunsch. Will doch nur helfen, du Arsch. Musst du halt so pissig werden. Ja, ich... Ich hatte 5-6 oder sowas. Die brauchte ich auch noch. Warte mal eben. Hörst du die Träne rollen? Die Träne rollen? Uh. So. Und stößt du wieder dazu? Also ne. Ich muss jetzt erstmal Pick-Axis machen und sowas. Kannst du ja wenig Essen holen. Ne. So viel Eisen hab ich nun auch nicht. Bring mir ein bisschen Holz mit Fabian. Das ist ja ganz nice. Ich hab selbst nicht genug Holz. Dann geh kurz rein. Draußen... Ja. Das wäre nett, wenn du das mitbringen könntest. Ne Fabian ist heute wieder ein Assoziapes Arschloch. Dann machst du das nicht. Ja. Bin ich auch. Ja. 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 Muss ich auch sagen.